Hallo, heute erzähle ich euch was über das Verhalten im Brandfall. Der erste Punkt ist, immer Ruhe bewahren. Der zweite ist, wenn Feuer ist, möglichst schnell rausgehen. Hier zum Beispiel ist Rauch, deswegen schließen wir die Tür sofort und legen was da drunter, eine Decke, ein Handtuch, egal was. Hauptsache der Rauch kommt nicht rein. Dann zum Fenster gehen, Notruf wählen, 112, sagen es brennt und dann sich beim Fenster bemerkbar machen. Und wenn ihr ein Kind seid, dann bitte keine Löschversuche unternehmen, sondern warten auf die Feuerwehr. Und wenn ein Brandfall ist, niemals den Aufzug benutzen. Und das war es mit dem Thema Verhalten im Brandfall.